Am 1. Februar hat uns Ubisoft in einem einstündigen Livestream eine Mission aus dem sogenannten Hardcore-Modus von die Siedler Neue Allianzen vorgestellt. In diesem Analyse-Video schauen wir uns das gebotene Mal im Detail auf die Eckpunkte Hardcore, Gegner-KI und Schwierigkeitsgrad genauer an. Wir durften erneut Christian Hagedorn über die Schulter schauen, der die Mission in Kirschen oder im Deutschen Einfall spielte. Hierbei soll es sich um eine mittelschwere Mission handeln, die ihr wahlweise alleine oder mit einem Freund gegen zwei verbündete KI-Gegner angehen könnt. Übrigens wird es für den Hardcore-Modus kein Matchmaking geben, sprich ihr seid auf Freunde angewiesen. Um euch die Sache schwerer zu machen, sind in dieser Mission die Gebäude Schrein, Taverne, Hafen und Akademie nicht verfügbar. Ihr könnt also weder handeln, noch forschen oder Ordenskrieger bauen. Warum das dem Gameplay überhaupt nicht gut tut und noch monotoner macht, zeige ich euch gleich. Wer möchte, kann diese Gebäude aber ingame über Landmarks freischalten. Dadurch erhalten die KIs aber wiederum Bonus-Einheiten, die sie euch entgegenwerfen können. Gespielt wird mit den Maru auf einer Map, die ihr bereits aus der Beta kennt. Er startet mit 70 Siedlern, 12 Ingenieuren und 3 Militäreinheiten. Den ersten Versuch von den Hagedorn können wir relativ schnell abhaken. Da er sich in Details verliert und praktisch wenig bis nichts baut, wird er, wie wir ebenfalls aus der Beta kennen, in unter 5 Minuten ingame überrannt. Hierzu sei gesagt, wenn wir schon beim Thema Beta-Gameplay sind und zudem im Hinterkopf behalten, dass wir viele Gebäude eh nicht bauen können und es hier auch keine schützenden Banditen-Camps gibt, das Rush-Problem immer noch 1 zu 1 vorhanden ist. Hätte er mal vorher lieber einen Energy wie den von Holy Energy getrunken? Ich trinke das wie ein Bekloppter mittlerweile täglich. Mit Holy Energy erhaltet ihr eine kostengünstige und richtig geile Alternative zum klassischen Energy-Trink. Hier ist auch kein Bullshit drin, sprich kein Zucker, kein Taurin und das Ganze auch nur mit 4 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das Beste ist aber, dass das Ding einfach grandios gut schmeckt. Mein Favorite ist hier übrigens Blueberry-Bier, also Blaubeere und Kokosnuss und ernsthaft, ich könnte mich da reinlegen. Einfach Eiswürfel in einen Shaker, 1,5 Liter Wasser dazu und 1 Löffel Pulver. Shaken, fertig, geil. Wenn ihr da Bock drauf habt, empfehle ich euch das Probier-Pack mit 7 Geschmacksrichtungen. Mit meinem Code Zockerlaunch5 kostet das Ding euch dann auch nur schlappe 15 Euro. Und jetzt voll Energie zurück zur Siedler-Analyse. Im zweiten Versuch beginnt unser Vorspieler direkt damit, am oberen und unteren Eingang zur Startposition jeweils einen Turm und eine Vogelscheuche zu bauen. Um das mal zu betonen, das war's eigentlich schon nach 10 Sekunden. Die strunzdummen KI-Gegner, die immer die gleiche Route laufen und immer mit den exakt gleichen Einheiten mit einer Mannstärke von 6 Stück anrücken, sind nicht in der Lage, diese beiden Türme zu knacken. Auch wenn im Stream versucht wird, uns diesen Fakt durch saudummes Gameplay zu kaschieren. Später läuft die KI zwar ab und an mal am Turm vorbei, das passiert aber eher zufällig als gewollt. Hätte man doch hier einfach einen zweiten Abwehrturm dazu gestellt, was problemlos möglich gewesen wäre, wäre aber definitiv komplett Ruhe gewesen. Wer Hardcore sucht, wird leider bitter enttäuscht. Ehrlich gesagt war ich sogar schockiert. Ihr könnt euch also fortan in aller Ruhe aufbauen. Da viele Gebäude wie die Akademie zum Forschen fehlen, könnt ihr aber direkt auf die komplette Nahrungsproduktion verzichten. Ein, zwei Fischer boosten immerhin eure Holz- und Steinproduktion. Unterschlagen möchte ich euch an dieser Stelle nicht, dass Herr Hagedorn noch ein zweites Mal gestorben ist, da er bewusst oder unbewusst einen Banditenanführer in seine Basis gelockt hat, bei dem es sich um eine einzelne, overpowered Einheit handelt, die alles alleine zerlegt hat. Da ihr aber an diesem Anführer problemlos vorbeilaufen könnt, das nur mal als Randnotiz. Da ihr die Berge oben und rechts erreichen müsst, um Truppen zu produzieren, müsst ihr euer Land ein bisschen erweitern. Hierzu zieht ihr eure Abwehrtürme einfach etwas weiter nach vorne und habt auch fortan Ruhe. Sobald ihr die Berge erschlossen habt und somit eine kleine Schwerindustrie bauen könnt, hebt ihr ein paar Truppen aus und überrennt die KI. Hierzu zeigt uns Christian Hagedorn dann eindrucksvoll, wie dumm die KI ist. Denn im Gegensatz zur KI, die sich mit einem Abwehrturm aufreiben lässt, läuft er mit seinen Truppen einfach vorbei. Da die KI alle Truppen für den Angriff verwendet, also immer sechs Truppen, die dann sofort den immer gleichen Weg laufen, hat sie selbst hinter ihren eigenen Türmen nichts mehr, um sich zu verteidigen. Die belanglose und nicht spannende Mission ist also schon gewonnen und lässt uns ratlos zurück, was da jetzt eigentlich genau hardcore gewesen sein soll. Real Talk. Diese Mission lässt sich für sogenannte schwache Spieler im Koop zu zweit angehen. Wo ist hier der Anspruch? Wem soll das eigentlich Spaß machen? Was soll da hardcore sein, wenn man nebenher noch locker seine Steuererklärung machen kann? Ich hoffe, also wirklich, dass das nur ein saudummes Beispiel war und die anderen Modi wie Handeln oder Rush-Missionen, ja, die gibt's ironischerweise wirklich, mehr zu bieten haben. Wahnsinn. Ubisoft. What the fuck? Boah. Ich bin raus für heute. Ich bin raus für heute.